Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal mit Timo. Hallo. Hallo. Äh? Wie geht's dir? Gut. Wir spielen. Deathmatch ein bisschen. Ich würde sagen, enden wir. 300 Leben. Los geht's. Winter aus. Waffe, none. Turntime, 50. Ready. Würde ich auch sagen. Ja, dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Du hast viele Waffen, die du ausholen kannst. Die beste Map im Spiel. Drück jetzt mal. Vier Eck. Vier Eck. Oh mein Gott, ich will Banane. Safe Banane. 45 Damage, aber du triffst den Boden. Scheiße, ich kann nicht mehr zurück. Aber du kannst treffen. Stärker. Stärker. Ja. So triffst du ungefähr. Aber triffst nicht. Banana. Doch, der trifft. Bouncer. Ja doch, ich wette. Oh mein Gott. Hat er getroffen? Das ist ja zu krass. Ja, guck mal. Das ist ja. Ja, na und? Hallo? Unfair. Guck mal, du hast ja viel mehr Waffen als ich. Nein, du hast wahrscheinlich Waffen auf einer anderen Stufe. Also, mehrere Waffen. Also, hä? Eine Waffe doppelt oder dreifach so. Ich halb nicht. Verstand! Oh mein Gott. Ha! Ja, ich durfte dich so stark machen und ich mach schon stark. Hä, du hast doch mehr Waffen. Und du triffst genügend. Fahr, fahr, fahr. Du triffst den Boden. Oh. Immer noch? Ja, dann fahr einfach ein bisschen zurück. Es geht niemals. Doch. Niemals. Doch. Niemals. Niemals. Oh mein Gott. Junge, du bist ein Hacker. Du hackst. Okay, 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 okay. Ich bin einfach zu gut für dich. Holy moly. Ich will es auch probieren. Du bist gebeten. Ich will doch eine Chance lassen. Okay, ich schieße. Ich will nur noch mal. Jetzt kriege ich Angst. Ja. Fuck. Äh. Was schieße ich denn? Ich will erst mal deine Position kriegen. Meine wat? Deine Position. Ah, die. Oha. Depp, depp, depp. Los, das kann ich besser. Ich bin nicht gespannt. Nochmal die Banane. Oha, was nimmst du? Hast du auch volle Pulle gemacht? Nee. Probiert mal einen Schuss nachzumachen. Hätte doch funktionieren können. Ja, hätte echt funktionieren können. Aufhören. 100 Damage, 100 Damage. Woooo. Oh mein Gott. Ich hab deine Flugbahn. Ja, tschüss. Bei Cola? Du wirst jetzt da ein. Du wirst die Banane. Du hast es nur zwei. Nur, du, ich weiß es eigentlich viele. Oh nein, oh nein. Oha, oha, okay. Aua. Wieso hast du 100 Damage gemacht, wenn ich... Ja, weil ich hab halt den Sniper benutzt. Achso. Ich weiß nicht, ob ich jetzt treff. Warte mal. Warte mal. Ich warte. Ich weiß nicht, ob ich treff. Ich hoffe einfach mal. Das ist ein 60 Damage und ich hab davon nochmal einen. Ich geb dir einen Zip, bewegt dich. Nach hinten oder nach vorne? Ich kann ja noch nicht. Eine Entscheidung. Sonst treffe ich dich jede Runde. Und das will man, glaube ich nicht. Äh. Earthquake. Ist egal, wie du damit schießt. Bum. Ja. Das hat 10 Damage gemacht. An jeden Spüler 10 Damage gemacht. Ist so ein Erdbeben. Ja, 10 Damage ist da richtig low, aber... Ja, es ist halt... Ja, eben. Das ist jetzt schon wieder für eine krasse Wache. Ein Pixel. Verdammt. Geh noch weiter. Teleportiert dich. Und du willst, dass da oben das Grote... Was bringt das? Das ist ein Teleport. Bin da oben auch? Wenn du's treffst, Peele, teleportierst du dich. Entweder du teleportierst dich zu mir oder in die Mitte oder irgendwo hin. Dann das trifft grüß ich ja raus. Oh. Scheiße, das ist... Guck mal, das ist so knapp an diesem Bounce-Ding vorbei. Ja, das war echt knapp. So low, ne? So low. 108 Leben. Okay, ich hab die Frühen 120 Gedämmel. Ja, wie viel hast du? 253. 253? Ja, guck mal, ey. Ja, ich spiele das Spiel jetzt ein bisschen länger. Du spielst das ja noch fast gar nicht. Oha, hä, das war doch nicht mal in der Flüge. Radar, Radar! Nein! Er bekommt Radar! Er bekommt Radar! Timo, setz nächste Runde Radar ein. Warum? Er bekommt es... Die Waffe ist eine der... Die Waffen gibt's über Level 80. Kriegt man die. Was ist, wenn ich dich nicht treffen? Du triffst die, ich bin in deinem Schuss. In deiner Flugbahn. Einfach nur X drücken. Nur X drücken? Nur X drücken. Ja. Passt das? Ja. Was ist du jetzt so ein krasses Ding? Ja, ich hab mir ganz viele Zahnräder gegangen. Das macht fast kein Damage. Einfach nur X drücken. Jetzt einfach X? Einfach X drücken. Nein, warte. Erst mal. Ich hab vergessen. Waffe wechseln. Oh mein Gott. Und jetzt nächste Runde... Das ist ein One-Bounce. Das ist ein One-Bounce. Nächste Runde... Ich will jetzt halt nicht... Nee, ich will dich nicht retten. Jetzt drückst du auf Waffen, dann Radar... Nee, warte. Nicht diese Runde. Nicht diese Runde. Mach diesmal was anderes, aber nicht in der Flug... Also in der Flugbahn. Mach einen Back-Roller. Back-Roller... Zum Beispiel. Nein, Flugbahn wieder gleich. Hä? Geh einfach da hin, wo du davor warst. Mit der Flugbahn. Runter. Ja. Runter. Runter, runter, runter. Weiter. Also warte noch ein bisschen. Geh noch mal ein bisschen. Noch. Noch. Und jetzt geh nach oben. Eins. Warte. Oh. Ja, noch eins höher. Und so schießt du jetzt einfach. Ich will den Radar sehen. Es ist egal, ob du triffst oder nicht. Ich schieße eh auch raus einfach. Weil ich will den Radar sehen. Okay. Und jetzt? Nein, Flugbahn wurde geändert. Ja, ich weiß nicht, ob es trifft, aber... Schieß. Ein bisschen schwächer. Ein bisschen schwächer. So zwei Schwächer. Jetzt schießen. Oder eins. Ich weiß es nicht. Mit wem? Mit Radar. Bitte treff. Ah, ich habe das. Bitte treff. Bitte treff. Bitte. Ja. 50 Damage. Okay. Bruder. Nein, Junge. Ich glaube, du kannst damit erstens viel mehr Gegner treffen. Und wenn zwei Gegner ineinander sind, wird es so eine Kette. Also 50 an dem einen, dann auf den 50 auf den anderen. Und dann durch das Doppel, das ist voll gut eigentlich. Ist okay. Ist okay. Das war scheinbar. Junge, was kriegen wir gerade für Waffen? Ich habe gerade wieder eine Waffe bekommen, die ich nicht kenne. So, danke. Zwei Grit, oha. Und noch ein zweier Grit, oha. Es war ja mega wenig Damage. Ja, es ist die Waffe. Displacement Bomb. Was bist du? Tschüss, du bist tot. Ach, tschüss. Eine kurze Runde noch. Eine kurze Runde noch, weil es so... Alter, was? Aber was war das? Wir spielen jetzt eine Runde Marksman. Was ist das? Du wirst sehen. Ich werde es dir auch erklären. Wie sagst du eine Kronen auf dem Kopf? Weil ich gewonnen habe. Du siehst jetzt? Das ist da. Dieses riesige Ding da. Ja. Das musst du treffen. Ja, easy. Ja, noch. Wenn es jetzt ganz rechts ist... Was machst du dann? Da... Das ist ja anders unfair. Du hast es ja jetzt treffen. Das ist ja jetzt direkt voll easy. Ja, das schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja, trifft. Und es wird immer kleiner. Guck die Größe jetzt an. Das wird immer kleiner. Das war unser, weil ich vor so einem Felsen bin. Kann ich den kaputt schießen? Ja, nein. Das ist das Problem. Du musst darauf hoffen, damit es dann gut platziert ist. Weil, solange es weg von dir ist, wenn du es jetzt in dem Felsen bist, kannst du es kaputt schießen. Jetzt... Oha, du kannst, glaube ich, einfach nur nochmal so schießen. Wie gerade eben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe mal. Ich will nicht, damit es jetzt schon beendet ist. Oha! Ich habe eine Scheiß-Position, okay? Du hast die perfekte Position. Ja, okay. Wir machen nochmal neu. Nein, zu viel warst du. Weil das ging echt schnell. Aber da gibt es keine XP, weil man kann nicht mit einem Freund spielen, der das Spiel nicht hat. Und dabei XP kriegen. Deswegen ist das ein bisschen kacke. Ach, die XP. Ja, komm mal, jetzt habe ich eine Scheiß-Position. Zufrieden. Warte, ich will dich treffen. Ich will dich. Aber natürlich hat's ja wieder den ersten Schuss, Mann. Man juckt ja nicht. Ja. Ja, bringt das jetzt was. Ja, jetzt habe ich eine etwas bessere Position. Oha. Ja, wie soll ich das jetzt treffen? Warte, drück Waffen, drück Waffen. Ja gut, keine Ahnung, wie du sprechen sollst. Doch, ich weiß, wie. Tunnel, mit dem Tunnel einfach da durch. Nein, geht nicht, geht nicht. Hä? Ja, Junge, wie soll man das denn treffen? Ich hätte jetzt erst strike gemacht und probiert, so an dem vorbeizukommen, weil das kommt halt, das rollt und wenn das dann gerollt ist, kommen Sachen von unten. Nein. Leider. Ja, nee, dann spielen wir noch eine Runde Deathmatch. Dann spielen wir eine Runde Deathmatch. Eine schnelle Runde hier. Schnelle Runde Deathmatch. So, Modus, Deathmatch, ja. Äh, äh, 200 Leben, ready. Okay, jetzt geht's für dich. So. Oh, du hast zwei Sapsniper. Wenn du meine Flugbahn hast, bin ich tot. Fuck. Wahrscheinlich, ne? Wenn die es jetzt beide Sapsniper trifft. Oh mein Gott, war das knapp. Äh, ein bisschen weiter drunter und dann hab ich dich. Scheiße, jetzt fertig. Nehmen wir auch Rainbow genau wie ich. Okay. Aber ich hieß anders. Mach das. Macht er gut damage? Er kann gut damage'n, glaube ich, sogar. So nicht. Weil der macht, glaube ich, pro einzelne Regenbogenfammer macht er 10 damage'n. Das sind ja ein paar, also so 50 damage. Ich hab Angst, dass du dich immer ne Flugbahn weit hast. Oh, ja, das trifft nicht. Knappe Angelegenheit. Ja. Okay, ich benutze jetzt die Katze. Ne, erstmal ne Ghostbomb um Flugbahn zu kriegen. Ey, was bringt ne Ghostbomb? Boom! Und jetzt? Ja, er ist auf heute schöne Chance. Alter, ich will mich auch jetzt. Ich hab die nicht mal. Ja, wir haben auch unterschiedliche Waffen. Das ist es. Ja. Auch bewegt. Doch, klar will ich mich. Ich will nicht noch angetroffen werden. Katze! Katze! Ja, komm. Katze! Fahr mal nach rechts als ein Items. Kannst du dir eigentlich gern? Wenn du weit genug kommst, dann kannst du nächste Runde, weil... Ne, weiter komm ich nicht. Da kann Armut drin sein. Und Armut ist ja immer gut. Oh oh, nein. Nicht treffen, bitte. Danke. Wie kann ich denn dich jetzt treffen, da? Oh Gott. Man muss dann einfach das obere Portal treffen, dann bin ich tot. Nein, ich kann doch... Ich mach doch nicht 142 Damage. Hm. Ich überleg gerade. Boom. Trifft nicht. Nein! Ich will durchs Portal! Es hat dich perfekt getroffen, okay? Okay, ich schieße jetzt mal mit der Sniper. Willst du den Treff nicht? Dann bist du... Und wenn du triffst, bist du einfach... Glück gehabt. Ja, was will du uns nicht jetzt? Ich würde sagen, dass Nick... Runter, runter, runter. Nein! Zu ihm! Mann! Äh, was machst du? Oh. Ja. Äh, ja, aber ich habe halt keine gute Waffe. Ich habe keine Waffe, die da richtig damagen könnte. Doppelt gemappelt? Nein. Oh Mann, ich wollte es probieren, beides zu kriegen. Ich habe Spiker bekommen. Ich glaube... Ja, wenn du nochmal 4-Eck drückst. Jetzt hast du es. Dead Riser. Dead Riser kenn dich. Drück mal Items. Ja, wenn du jetzt mit dem Dead Riser... Nicht Items, sorry. Wappelst. Wenn du jetzt mit dem Dead Riser... ...straight in den Boden ballst. Das sind volle Pulle einfach in meine Richtung. Also... ...nach unten... ...du schießt einfach so, wie du nach oben schießen würdest. Nein. Schießt nach unten. So 45 Grad Winkel. Das ist... ...ja, passt. Und dann volle Pulle. Ja. Das trifft. Sicher? Ja, hundertprozentig. Ja. Das geht unter... ...unter einem Gegner einfach runter. Ich will dir helfen. Das ist immer... Oh, wach. Ja, wenn du... Ja. Ich bin weg gerade. Spiker! Fass ich... Wenn du da stehen würdest, was ist so kaputt? Kann ich mit dem... Kann ich mit irgendeiner Waffe da durchschießen. Ja, aber das kommt halt nicht durch, ne? Also wenn du jetzt... Ach, ich wachs nicht. Eieieiei. Scheibenkleister. Irgendwann, irgendwann... Na Gott. Wird's denn gut genug und kann mich auch besiegen. Irgendwann... Ist der raus. Okay. Dann bin ich ja gespannt. Die Dinger gönne ich mir doch mal glatt. Ja, ja, nein, nein, nein! Ja! Hm. Ja... Glück gehabt. So. Watz. Krieg du trifft niemals. Okay. Für dich. Ich probiere jetzt einen Trickshot. Mach des... Mit nem Big Shot. Ey. Was macht ein Big Shot? Er ist einfach nur ein Big Shot. Bam! Äh, nicht mal das Ding hat's getroffen. Ja, das kann ich nicht greifen, das kann man nur aufsammeln. Ach so. Gut, dass ich da nicht mehr stehe. Das wird jetzt mega knapp, wenn ich jetzt treffe. Also... Also... Mein Lieber Mann, ey. Triffst du nicht? Ein bisschen stärker. Neue Waffen. Neue Waffen. Ist es grad grad auf mich drauf gefallen? Ja, das neue Waffen. Die kriegt man immer Runde 10. Ich kann jetzt nicht mehr nutzen. Okay, er probiert den Trickshot. Nice. Klappt nicht. Oh, oh, oh. Ich müsste eigentlich... Ja, ich müsste halt ein Messer, ne? Wenn ich bei dir bin, ist es krass. Aber ich bin nicht bei dir. Treff ich hier? Na... Es trifft nicht alles. Schade. Es trifft nicht alles, Alter. Es trifft nicht alles, Alter. Aber ich bin nicht bei dir. Fall nach links. Da ist ein Pack. Das kann man sich gönnen. Da ist Armour vielleicht drin. Triple Bounce Bloat Heavy Roller. Triple Bounce Bloat? Komm schon. Loll. 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 Willst du mich verarschen? Äh... Digga. Das heißt einfach Digga. Digga. Digga! Ja, ja, ich treff... Digga. Ich treff alles. Das ist Damage. Ich bin tot, Mann. Heavy Roller macht 40 Damage. Du musst ihn eigentlich nur vor mich rollen lassen. Das ist ein Roller. Ja, trifft. 40 Damage. 64. Yes. Warum auch nicht, ne? Also es kann sein, dass du jetzt tot bist, wenn du das runterrollt. Nein! Nein! Hätten zwei getroffen. Oh mein Gott, das ist knapp. Wenn zwei getroffen hättest, wärst du tot. Noch ein Roller. Du hast drei... Hallo, du hast einen Heavy Roller? Einen Roller und einen Roller. Ja. Nur 20? Ja, weil es kein Heavy Roller ist. Okay, watch this. Watch this. Watch this. Nein, der geht nicht auf. Ich hab gehofft, der geht auf. Ja. Ja. Triple Bounce Roll einfach. Das sind dreimal dieser Bounce Roll. Der ganze Zeit rumhüft. Drei Stück. Einer trifft doch davon. Mann. Ja. Als ob der nicht drauf war. Alle weg einfach. Mann, jetzt ist die Map ganz kaputt und ich kann nicht zu dir kommen. Ja, mies, ne? Ja, ich wollte dich schenken. Schenken? Schenken. Mit dem Schenk. Was das ist? Ja, das Schenk. Moin, Janis. Moin, ich bin Bounty. Hä? Was ist das denn? Ja, wenn du mich jetzt nicht tötest, also wenn du mich tötest, kriegst du Zahnräder. Und natürlich, das muss ich ja, das muss ich ja ausnutzen, ne? Weil ich muss die ja kriegen. Das ist ja eh vorbei so. Ja, wenn ich jetzt treff. Oh. Oh. Einer trifft vielleicht noch. Einer trifft vielleicht noch. Nein. Mann. Nein. Nein. Denkst du, so treff ich mit der Sub-Sniper? Ich sag lieber nichts. Okay, ich versuch's. Also vielleicht noch viel zu stark ist. Einseitig weit nach links, aber mehr will ich nicht sagen. Okay, so. So? Nein! Oh mein Gott! Ja! Ja! Das war das letztes... Ich hab noch ein Sub-Sniper. Ne, das ist so weg. Oh. Das war so knapp. Hätte ich den getroffen mit... Dann wär ich tot. Ich wär so oder so tot. Ja, guck mal wie... Wieso ein Ding einfach genau vor mir ist. Nein! Ja, das ist eher gut für dich gewesen. Und ich kann dich nicht treffen. Ja, aber das war grad eher gut für dich. auch... Ja, doch. Vielleicht kannst du mich treffen mit nem Rollen. Erf Vertrag? Erf dzi Blue? Das sind zehn damage und der ErfG losses. Zehn damage... Muss ja nicht zählen mit dem. So? Ja, schieß einfach. Bam! Bamm! Achso. Ne, ich lasse es nicht zu, ich will zu dir. Ne, langsam wird's knapp. Ich muss doch langsam sich umbringen. Ich wollte doch nur zu dir. komm doch zu mir ja dann schenke ich dich und du bist tot ich weiß nicht mal was das ist ein messer das macht 60 damit ey wir sind so scheiße platziert ne ich kann hier nicht runterfahren okay bitte pfeffer bitte was geht gerade vor ja 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 scheiße jetpack und armen auf dem vorm ich habe keine waffen keine guten es geht auf mich der wird weiter verbindet auch noch auf mich das wusste ich nicht ja ich habe ich habe ihn gefunden warte wie viel kriege ich 20 habe ich jetzt dauert ja noch ja ja genau ja ganz genau aber ich zeig dir jetzt noch nicht eigentlich war es das jetzt mit dem video